Ich hatte das Bedürfnis, mir zu diesem Thema ein paar Handy-Notizen aufzuschreiben und diese werde ich jetzt vorlesen. Vor sechs Jahren habe ich mich dazu entschieden, keine Lebewesen mehr zu essen. Ich war also Vegetarier. Seit ungefähr einem Jahr konsumiere ich strikt überhaupt keine tierischen Produkte. Was bedeutet denn überhaupt vegan? Wenn man sich vegan ernährt, konsumiert man keinerlei tierischen Produkte. Darunter fallen Fleisch, Fisch, Meeresfrüchte, Milch, Eier, Honig und so weiter. Da es nicht nur in der Ernährung tierisches gibt, wird er auch auf Leder, Wolle, Federn und anderen Schoffen verzichtet. Der Mensch ist grundsätzlich Omnivore. Anders ausgedrückt ein Allesfresser. Im Gegensatz zum Carnivore brauchen wir kein Fleisch zum Überleben. Daher kann sich der Mensch auch sehr gut wie ein Herbivore ernähren. Sprich rein pflanzlich bzw. vegan. Viele verstehen nicht so richtig, was meine Beweggründe waren, vegan zu essen. Es liegt an den drei Gründen, die ich etwas näher angehen möchte. Der erste Grund ist der ökologische Aspekt. Der Umwelt wird vor allem durch Fleischkonsum viel Schaden zugefügt. Man spricht oft davon, dass die vegane Ernährung aufgrund von Soja nicht umweltfreundlich sei. Man schätzt aber, dass gerade mal 6% des Sojas auf der Welt von Menschen konsumiert wird. Fast der gesamte Rest, sprich über 90%, werden so gut wie für nichts als das Futter für Tiere in der Fleisch- und Milchproduktion angewinnet. Um Fleisch und Käse zu produzieren, werden Unmengen an Wasser benötigt. Und durch den vielen Transport werden noch viele Treibhausgase freigesetzt. Die Tiere selbst produzieren noch viel Methan. Der zweite Grund für mich war der ethische Aspekt. Und ich denke, jeder sollte sich bewusst sein, dass die Fleisch-, Milch- und Ei-Industrie mit sehr viel Leid für die Tiere dahergeht. Das Fleisch, das in Massen konsumiert wird, stammt nicht von glücklichen Kühen, glücklichen Schweinen oder glücklichen Hühnern. Dieses stammt im größten Teil aus der Massentierhaltung. Die Tiere wollen sich frei bewegen und weil sie das nicht können, entwickelt sich ein gewisses Fehlverhalten. Es werden unter anderem Zehen und Schnäbel gekürzt, damit sie sich nicht untereinander verletzen. Vor allem Hühner neigen oft in ihrer engen Haltungsweise zu Kannibalismus. In der Milchproduktion werden die weiblichen Kühe künstlich befruchtet, damit sie Kälbergebären und Milch geben können. Wenige Wochen nachdem die Kuh ihr Kalb gebärt hat, wird es erneut befruchtet. Kühe und Hühner werden auf Höchstleistung trainiert, um jeweils möglichst viele Eier zu legen oder möglichst viel Milch zu geben. Nur weibliche Hühner legen Eier und deswegen werden die männlichen Küken in den meisten Fällen geschreddert. Ob das Gründe für dich sind, weniger oder gar keine tierischen Produkte zu konsumieren, musst du natürlich selbst entscheiden. Es ist in meinen Augen bloß wichtig, dass jeder darüber Bescheid weiß und sich dann bewusst dafür oder dagegen entscheiden kann. Also der dritte Grund war für mich der gesundheitliche Aspekt. Wenn du dich schon ein bisschen mit Nährstoffen im Zusammenhang zu veganer Ernährung befasst hast, weißt du, dass man bis auf ein Vitamin alle Makro- und Mikronährstoffe ausreichend durch eine ausgewogene pflanzliche Ernährung zu sich nehmen kann. Alles bis auf das Vitamin B12. Dieses wird wie alle anderen Nährstoffe auch nicht von Tieren, sondern von Mikroorganismen hergestellt. In der heutigen Tierhaltung bekommen auch die Tiere B12 supplementiert, damit wir genug davon bekommen, wenn wir zum Beispiel Fleisch essen, Milch trinken und so weiter. Es gibt andere Nährstoffe, die kritischer sind bei einer veganen Ernährung. Es gibt aber auch kritische Nährstoffe bei mischköstlichen Ernährungsweisen. Um noch eines zu nennen, von denen viele nicht wissen, dass man das auch ohne Fisch oder Meeresfrüchten zu sich nehmen kann, sind Omega-3-Fürzäuren. Diese sind, wie bereits erwähnt, große Mengen Fisch, aber genauso in Leinöl, Walnüssen, Chiasamen und so weiter enthalten. Durch Kichererbsen, Linsen, Kürbiskerne und Spinat bekommt man mehr als genügend Eisen. Es mangelt einem also an nichts, wenn man sich nur ein bisschen damit befasst hat, was der eigene Körper braucht, aber das sollte bei jeder Ernährungsweise der Fall sein. Unter anderem diese drei Aspekte hat Tomatolix in seinem Video zu Veganismus sehr detailliert beschrieben. Dieses ist wie immer in der Videobeschreibung zu finden. Wir zerstören damit unseren Planeten, nehmen wilden Tieren und Pflanzen ihren natürlichen Lebensraum, verschwenden wertvolle Ressourcen und das alles nur dafür? Really? Wir könnten die ganze Welt problemlos ernähren, wenn wir das, was wir an unser Futter verfüttern, selbst zu uns nehmen würden. Es gibt immer mehr Menschen, die sich vegan ernähren. Für manche war es in den letzten Jahren ein Trend, aber ich gehe stark davon aus, dass die meisten Menschen sich nicht vegan ernähren, weil das so ein Trend war. Ich gehe davon aus, dass die meisten Menschen das aus Überzeugung und mindestens einer der bereits genannten Aspekte tun. Es gibt mittlerweile immer mehr Restaurants, die vegane Alternativen bieten oder teils auch eine rein vegane Speisekarte haben. In den Supermärkten gibt es mehr vegane Fertig- und oder Ersatzprodukte, zu denen will ich im späteren Verlauf des Videos noch was sagen. Etwas, das ich erwähnen wollte, Ich habe einen Echtledergürtel und viele sind da etwas verwirrt, wenn sie wissen, dass ich auf tierische Produkte verzichte. Ich habe diesen Gürtel vor vielen Jahren gekauft und es wäre eine Verschwendung, diesen Gürtel wegzugeben, um mir einen neuen zu kaufen, wenn ich ihn doch einfach weiterhin benutzen könnte. Ich achte bei meinen Käufen heutzutage, dass nichts tierischem Ursprung enthalten ist, aber wenn man bereits etwas besitzt, das tierischem Ursprung ist, sollte man es auf keinen Fall aus diesem Grund wegwerfen. Ein Klischee besagt, dass man ein Veganer daran erkennt, dass er es dir sagt. Wahrscheinlich gibt es viele Menschen, die das unbedingt gesagt haben möchten, weil ihnen das Thema so wichtig ist. Das ist auch der Grund, warum ich mich hingesetzt habe, dieses Video zu machen. Ich möchte nicht aufdringlich sein und erwähne es daher auch nur, wenn es zum Kontext passt. Wenn mir also jemand etwas nicht Veganes anbietet, dann weiß diese Person dann, dass ich diese bestimmten Präferenzen habe und manchmal entsteht jedoch eine interessante Diskussion und ein Gespräch. Ich bezeichne mich ungern als Veganer. Warum ist das so? Ich glaube zum einen nicht an Labels. Zum anderen stehen viele offene Fragen im Raum, wenn ich schon sage, ich bin Veganer. Und diese Fragen werden oft im Verlauf des Gesprächs nicht einmal gestellt. Wenn mich jemand fragt, ob ich Veganer bin, ist es sehr situationsbedingt, wie ich antworte. Wenn genügend Zeit ist und ich das Gefühl habe, dass mein Gegenüber sich wenigstens ein bisschen für das Thema interessiert, versuche ich die Thematik und meine Beweggründe kurz zu erklären. Wenn ich mir da eher unsicher bin, sage ich einfach, ja. Das heißt aber in der Regel natürlich auch nicht, dass dieses Gespräch dann zu Ende ist. Ich würde sagen, dass die meisten Menschen sehr neugierig sind und teilweise wirklich viel vom Thema wissen wollen. Und daher sind auch viele interessante Gespräche darauf basierend entstanden. Es gibt mittlerweile schon sehr viele Produkte mit diesem V-Label, das meistens entweder für vegetarisch oder vegan steht. Es ist ein sehr praktisches und auch wichtiges Label. Zum Beispiel viele Säfte und Weine werden mit Gelatine geklärt. Dieses besteht meistens aus Schweineknochen oder toten Fischen. In einem Produkt könnte auch Kamin enthalten sein. Das ist ein roter Farbstoff, der aus Läusen gewonnen wird und nicht selten in Lebensmitteln verwendet wird. Brot und Backwaren enthalten manchmal einen Stoff, der Elcystein heißt. Dieser wird meistens aber nur als E920 gekennzeichnet. Und dieser besteht meistens aus tierischen Borsten oder Federn. Es gibt auch sehr viele Aromen, die tierischen Ursprungs sind. Unter anderem bei Chips ist es nicht besonders unüblich, dass das verwendet wird. Seitdem ich vegan esse, schaue ich mir bei jedem Produkt an, was enthalten ist. Meiner Meinung nach wäre das bei jeder Ernährungsweise ratsam, weil wir doch eigentlich alle wissen sollten, was genau wir zu uns nehmen. Beim Einkaufen will ich aber nicht bei jedem einzelnen Produkt, das ich noch nicht kenne, mir die gesamten Zutaten durchlesen. Abhilfe dafür schafft mir die App CodeCheck. Das ist übrigens keine Werbung, sondern einfach eine persönliche Empfehlung. In dieser App kann man zum Beispiel angeben, vegetarisch oder vegan zu leben. Und wenn man dann ein neues Produkt kaufen will, kann man einfach den Barcode einscannen und in den meisten Fällen wird es auch erkannt. Und es steht direkt, ob dieses Produkt deinen Kriterien entspricht oder eben nicht. Es gibt einem auch nähere Details, ob es gesundheitsschädigend sein könnte. Und es funktioniert auch bei den meisten Drogerieprodukten. Es gibt viele Produkte, von denen die meisten Menschen gar nicht wissen, dass sie vegan sind, weil sie oftmals nicht so gekennzeichnet sind. Fruchtsorbet zum Beispiel ist für gewöhnlich immer vegan. Oreos sind tatsächlich vegan, obwohl man mit einer Milchcreme wirbt. Ich denke, dass es in diesem Fall alleine deswegen nicht gekennzeichnet wird. Wie ich auch vorhin erwähnt habe, gibt es aber auch das Gegenteilige. Ich werde manchmal gefragt, ob es denn nicht teuer sei, vegan zu essen. Selbstverständlich ist es nicht pauschal teuer bzw. teurer, vegan zu essen. Wenn die Grundlage deiner Ernährung aus Getreide, Hülsen, Früchten, Kartoffeln, Gemüse, Obst und Wasser besteht, wie sie auch unter anderem bei der veganen Ernährungspyramide empfohlen wird, dann ist es nicht unglaublich teuer. Es gibt zugegeben vegane Fertig- und Ersatzprodukte, die teils deutlich teurer sind, aber wie gesagt, sollten diese Nahrungsmittel nicht die Grundlage bieten. Solche Produkte, die tierische Produkte ersetzen sollen, stehen auch oftmals in der Kritik und das auch aus teilweise mehreren plausiblen Gründen. Diese Nahrungsmittel können aber vielen Menschen helfen, wenn sie plötzlich kein Fleisch, kein Käse usw. mehr essen wollen. Es ist natürlich nicht gesund, viele von diesen Fertigprodukten zu essen, wie es auch bei Fertigprodukten mit tierischem Inhalt der Fall ist. Es ist nicht meine Absicht, Menschen einer Milchkosten schlechtes Gewissen anzureden. Ich möchte einfach zum Nachdenken anreden und ich hoffe, das funktioniert bei einem einen oder anderen von euch. Ein schönes Zitat besagt, Ich weiß, dass ich nichts weiß. Und meine Perspektiven und Meinungen können von eurer stark abweichen. Wenn ihr noch Fragen, Anmerkungen oder vielleicht sogar Feedback habt, könnt ihr gerne einen Kommentar hinterlassen. In diesem Sinne, danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Peace.